Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Herr Manesi, wir stehen hier vor einem Mini-Bagger von Volvo. Jetzt lese ich da aber Electric. Electric ist es neu? Genau, das ist genauso wie der Radlader, unser neuer Electric kompakter Bagger. Einsatzgewicht zweieinhalb Tonnen. Auch hier genau die gleichen Vorteile. Wir haben null lokale Emissionen mit der Maschine. Sie ist geräuschärmer wie die konventionelle Maschine und auch die Wartungskosten sind natürlich auch noch mal gewünscht. Und sehr vielseitig einsetzbar, so wie das aussieht. Genau, sie ist sehr vielseitig einsetzbar, dadurch, dass sie sehr kompakt ist. In verschiedenen Bereichen, wie Baustelle zum Beispiel, im Garten- und Landschaftsbau ist sie auch sehr gepackt. Oder auch natürlich in Indoor-Applikationen, genauso wie wir es bei dem Radlader haben, ist auch diese Maschine sehr gepackt. Spannend! 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 Spannend!